Eine Erwerbsminderungsrente ist immer auf drei Jahre befristet. Du kannst sie dann zwar wieder beantragen, aber auch das gilt nur für maximal neun Jahre. Und es kann dir dann sogar passieren, dass die Rentenversicherung dir bereits nach den ersten drei Jahren die Rente wieder streicht. Ich zeige dir jetzt in vier Schritten, wie du an eine unbefristete Erwerbsminderungsrente kommst und gebe dir am Ende noch einen entscheidenden Tipp. Habt ihr unseren Kanal schon abonniert? Das ist mir nämlich wirklich wichtig und ich erkläre dir auch, warum. Wir wollen nämlich möglichst viele Menschen mit unseren Inhalten erreichen und dabei hilfst du uns, wenn du ein Like gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst und wenn du unsere Videos teilst. Ich bin Dr. Zanhalt und hier bei Gegenharz Experte für Sozialrecht. Und ich zeige dir jetzt, was eine Erwerbsminderungsrente überhaupt ist, wie du von einer befristeten Erwerbsminderungsrente in eine unbefristete kommen kannst und was du selber dafür tun kannst, um das zu beeinflussen. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Rentenversicherung zahlt dir eine Erwerbsminderungsrente, wenn du als Versicherter nicht mehr volle Arbeitsleistung bringen kannst und das dauerhaft. Dabei gibt es eine volle Erwerbsminderungsrente und die wird dir ausgezahlt, wenn du auf Dauer weniger als drei Stunden pro Tag arbeiten kannst und eine teilweise Rente wegen Erwerbsminderung, wenn du weniger als sechs Stunden am Tag arbeitsfähig bist. Die Rentenkasse bewilligt eine solche Erwerbsminderungsrente in der Regel nur befristet für drei Jahre und dann prüft sie erneut, ob diese Erwerbsminderung immer noch vorliegt oder nicht. Und diese Beurteilung hängt dann ganz stark ab vom medizinischen Dienst und von deiner individuellen Situation. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich bei der unbefristeten Erwerbsminderungsrente. Und hier sagt das Sozialgesetzbuch ganz klar nach der dritten Beantragung einer Erwerbsminderungsrente. Wenn die Erwerbsminderung nach wie vor vorliegt, muss die Rentenkasse eine unbefristete Erwerbsminderungsrente gewähren. Das heißt im Klartext, wenn ihr neun Jahre lang eine Erwerbsminderungsrente bezogen habt und ihr seid weiterhin erwerbsgemindert, dann wird diese Erwerbsminderung unbefristet und die Rentenkasse muss euer Leben lang die Erwerbsminderungsrente bezahlen. Das bedeutet aber auch, dass du neun Jahre warten musst, bis du die Sicherheit hast, ob du deine Rente weiter beziehst oder nicht. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass wenn sich in neun Jahren deine Gesundheit nicht verbessert hat, dies auch in Zukunft nicht der Fall sein wird. Und er möchte dir jetzt die Sicherheit geben, damit du dein Leben planen kannst, damit du weißt, dass du in Zukunft deine Rente beziehen wirst. In den neun Jahren bis dahin lebst du leider in Unsicherheit, kannst deine Zukunft nicht planen und weißt nicht, wie es in deinem Leben weitergeht. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Manchmal gewährt die Rentenkasse bereits nach der ersten Drei-Jahres-Frist eine unbefristete Erwerbsminderungsrente. Und das ist immer dann der Fall, wenn die medizinischen Befunde ganz eindeutig zeigen, dass eine Heilung und damit eine Wiederherstellung der Arbeitskraft höchst unwahrscheinlich ist. Ganz wichtig ist jetzt für dich die Grundlage, auf der die Rentenkasse entscheidet. Die Rentenkasse richtet sich nach den Befunden der Ärzte, die dich behandeln und die dich seit Jahren kennen und auf die Gutachten der Sozialmedizin. Und erst auf dieser Basis fällt sie dann ihr Urteil, ob du weiterhin erwerbsgemindert bist oder nicht. Wenn also der Arzt, der dich behandelt, eine klare Prognose abgibt, dass er davon ausgeht, dass du niemals wieder voll arbeiten kannst, ja dann ist es wahrscheinlich, dass du eine unbefristete Erwerbsminderungsrente bekommst. Beim vierten Punkt kommst du jetzt ins Spiel. Du bist nämlich der Rentenkasse nicht hilflos ausgeliefert, sondern du kannst aktiv beeinflussen, wie sie über deine Erwerbsminderung entscheidet. Was kannst du tun? Gehe regelmäßig zu deinen Ärzten, lieber zu häufig als zu selten. Und achte bei deinen Ärzten, die dich behandeln, darauf, dass sie jedes Detail deines Gesundheitszustandes ganz sorgfältig dokumentieren. Achte auch selber darauf. Notiere, was du für Probleme hast, was du für Einschränkungen im Alltag hast, wie sich deine Krankheit möglicherweise verschlechtert hat. Schreib dir das auf. Und zwar auch bei Sachen, die dir selbst im Alltag vielleicht gar nicht mehr auffallen. Das Problem ist, wenn unsere Leistung nachlässt, dann fällt uns das selber meistens gar nicht auf, sondern das wird so dieser neue Normalzustand, an den wir uns dann gewöhnen. Und achte da ganz genau drauf. Achte da drauf. Hast du zunehmend Probleme beim Treppensteigen? Hast du Probleme bei körperlicher Arbeit? Erschöpft die dich schneller, als es vor der Fall war? Hast du zum Beispiel solche Sachen wie wiederkehrende Kopfschmerzen? Das alles ist wichtig. Bewahre die ärztlichen Diagnosen, die Atteste und die Befunde sorgfältig auf. Leg dir dafür einen eigenen Ordner an. Und sorge dafür, dass dieser Ordner dauerhaft in Sicherheit ist. Achte da drauf, dass keine Lücken entstehen. Je lückenloser du deine Krankheit dokumentierst, umso besser sind deine Chancen, eine unbefristete Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Bereite deinen Antrag auf Weitergewährung gut vor. Liefer der Rentenkasse alle wichtigen Unterlagen zu deinem Krankheitsverlauf. Und schildere so ausführlich und so detailliert wie möglich, wie sich dein Gesundheitszustand verschlechtert hat oder zumindest nicht besser geworden ist. Sprich dich mit deinen Ärzten ab, denn es ist optimal, wenn die ärztliche Diagnose und deine Selbsteinschätzung Hand in Hand gehen. Lass dich durch einen Rentenberater unterstützen. Anwälte und Sozialverbände kennen solche Fälle wie deinen in- und auswendig. Und sie kennen auch den gesetzlichen Rahmen, in dem sie argumentieren müssen. Ein Rentenanwalt, den wir euch wärmstens empfehlen können, ist Peter Knöppel aus Halle. Der hat hier auf YouTube einen eigenen Kanal rentenbescheid24.de und der ist sehr engagiert und der kennt sich sehr gut aus. Ein solcher Anwalt steht euch auch dann zur Seite, wenn ihr Widerspruch einlegen müsst, weil die Rentenkasse euren Antrag abgelehnt hat oder ihr sogar im nächsten Schritt deshalb vor das Sozialgericht zieht. Kümmere dich um zusätzliche medizinische Gutachten. Die Rentenkasse macht das nämlich auch. Die verlässt sich nicht nur auf die Befunde deiner Ärzte, sondern sie nimmt zusätzlich Einsicht in Gutachten externer Sachverständiger und vergleicht das dann miteinander. Und genau das kannst du auch tun. Geh also zu weiteren Ärzten, lass dich von denen untersuchen, lass dir von denen ein Gutachten schreiben und du bist weiter auf der sicheren Seite. Und jetzt mal ein extra Tipp und da pass mal ganz genau auf. Der wichtigste Punkt für die Rentenkasse bei der Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente ist die Prognose über deinen Gesundheitszustand. Ja, also die Einschätzung, wie wird sich dein Gesundheitszustand in Zukunft entwickeln. Und genau an dem Punkt, genau an dem Punkt kannst du jetzt einsetzen. Viele dieser Anträge scheitern nämlich an den falschen Formulierungen der Prognose der jeweiligen Ärzte, weil die Ärzte die genauen Formulierungen nicht kennen. Und genau da solltest du darauf drängen. Dränge darauf, dass die Ärzte, die dich behandeln und die Befunde schreiben, unbedingt erwähnen, dass deine Erwerbsfähigkeit dauerhaft beeinträchtigt ist und dass es nicht zu erwarten ist, dass die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wird. Damit erhöhst du deine Chancen auf eine unbefristete Erwerbsminderungsrente ungemein. Die Bedingungen dafür, dass eine befristete Erwerbsminderungsrente in eine unbefristete verwandelt wird, findest du im Sozialgesetzbuch 6 im Paragrafen 102 Absatz 2. Lies dir das genau durch. Druck dir das am besten aus und gib es deinem Arzt weiter, damit er sich daran orientieren kann. Liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir haben viele weitere spannende Videos in unserem Kanal, mit denen du das Beste aus deiner Rente machen kannst. Abonnier uns, dann verpasst du die auch nicht. Wir sehen uns wieder hier bei Ging Harz. Euer Urs Anhalt. Tschüss.